Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Miniguide. Diesmal geht es um ein Spielzeug, nämlich den wütenden Bienenstock. Dafür müssen wir einmal ins Schattenmondteil reisen zu einem ganz bestimmten Baum. Mapcodes wären 5574. Dort am Baum hängt dann ein Sumpfleuchterstock. Diesen müssen wir nur anklicken und schon bekommen wir unser Spielzeug. Wenn ihr dann das Spielzeug benutzt, fliegen um uns rum überall kleine Bienchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem neuen Spielzeug. Lasst euch nicht zu sehr ärgern von dem Bienchen und wir hören uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Miniguide wieder. Bye, bye!